Mach ein Finger runter Psychopathen Edition. Wenn du fünf Finger oder mehr unten hast, bist du definitiv ein Psychopath. Mach ein Finger runter, wenn du Eiswürfel isst. Mach ein Finger runter, wenn du lachst, wenn kleine Kinder hinfallen. Mach ein Finger runter, wenn du Menschen anhand ihrer Schritte erkennst. Mach ein Finger runter, wenn du nach dem Klogang nochmal in die Schüssel schaust. Mach ein Finger runter, wenn du das leise Kind warst. Mach ein Finger runter, wenn dich Schmatzgeräusche stören. Mach ein Finger runter, wenn du pure Milch trinkst. Mach ein Finger runter, wenn du anfängst zu weinen, wenn du sauer wirst. Mach ein Finger runter, wenn dich lautes Atmen bei Menschen stört. Mach ein Finger runter, wenn du verschiedene Persönlichkeiten bei verschiedenen Menschen hast. Mach ein Finger runter, wenn du mal deine Badewanne angezündet hast.